Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde zur Castle Story. Ja, wir sind groß dabei, die Lücken hier zu füllen. Die erste haben wir bereits. Also diese hier füllen gerade die zweite. Die hier. Da müssen wir gucken, dass wir die beiden noch gefüllt kriegen und dann die nächste Schicht. Ja. Ja, währenddessen sind unsere Steinmetze fleißig dabei, die Berge abzutragen. Oder unsere Minenarbeiter, wobei das ist auch nicht ganz richtig. Ich weiß gar nicht, wie man die nennen soll. Steinbucharbeiter. Steinhauer. 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 Okay. Und ja, wie sieht's hier aus? Oh, nicht mehr viel. Ja, wir sind hier auch fleißig noch am abbauen. Wie viele Schichten haben wir denn noch? Ah, etwas mehr als drei, also pfitzelchen Pfeffer. Also? Also? Okay. Okay. Okay, ich sehe, wie viele da kommen? Ja, fünf. Okay, von mir aus, man nimmt den Weg. Okay, so. Hm. Und so. Ja, klappt. Gut. 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 Okay, die kommen auf einmal mit Kleinladungen oder sind sie einfach umgedreht? Okay, dann machen wir das mal so. Können wir? Ja, das klappt. Also ja, die zwei Reihen haben wir. Ja, schön, dass die Nacht gerade so hell ist auch. Da sehen wir besser. Jetzt müssen sie noch das Loch füllen und hier füllen. Ja, und hier füllen. Hier füllen wir es. Es wäre doch schön, wenn einer da drüben föhnen würde, dann können wir ganz drüben schieben. Oh, gehst du? Ah, das war zu hoch. Das zu niedrig. So. Hätte ich das gerne hier. Mehr geht halt gerade auch nicht. Wann zur Hölle habt ihr da abgebaut? Und, äh, unpraktisch. Wobei, es sollte eigentlich noch klappen. Hoffe ich mal. Das habe ich nämlich irgendwie gar nicht gesehen, dass da eine Lücke ist. Gab es für euch hier oben? Ja, ihr habt fast die Schicht abgegraben, habt schon ein fettes Loch hier reingehauen. Wollte gerade sagen, habt schon hier wieder angefangen, aber da war ich ja schuld. Das habe ich in Auftrag gegeben. Das habe ich in Auftrag gegeben. Du bist schon wieder ohne Arbeit. Weil ihr das natürlich mal wieder gefüllt habt wie ein Schweizer Käse. Ist das echt euer Ernst? Ja, noch mehr Micromanagement. Oh, sie fangen an hier abzutragen. Ja, noch mehr Micromanagement. So, jetzt können wir hoffentlich hier hoch. Ja, können wir. Können sogar hochdrücken. Ey, ey. Dann füllt das mal. Dann müssen wir gucken, wie wir hier drüben weiter füllen. Dann füllen wir auf. Ja, und irgendwann müssen hier oben noch die Baumstümpfe weg. Und die Bäume. Dann füllen wir auf. Dann füllen wir auf. Ja, da läuft einer mit elf Steinen. Das geht dann da gut auf. Das geht dann. Okay, bald muss ich auch gucken, dass ich vom Quarry welche abziehe und beim Flatten helfen lasse. Okay, bald muss ich auch gucken, dass ich die Flatten habe. Also ja, dass wir schon mal so gesehen, äh, los. Flat. Genau so, anfangen. Wirst du mich veralbern? Ja, und so anfangen zu füllen. Also die Jungs von dem flatten Task zu dem rüber. So, drei Stück noch bei dem Task bleiben. Wird zwei von hier schnappen. Und sie da hinpacken. So. Aber wie gesagt, Stein. Guckt euch das an. Haben wir im Augenblick genug auf Vorrat. Äh, das könnten wir auch. Cool. Noch besser wäre natürlich... Natürlich nicht drauf. Ach komm. Genau, das hier zu machen. Ah, hier müssen wir leider eins hier wegnehmen. Und hier dran hängen. Noch eins. Äh, ja. Ich glaube sogar noch eins, wenn wir Pichern. Ja. Das wird dann halt hier schon ein bisschen eingeebnet. Ja. Das wird dann halt hier schon ein bisschen eingeebnet. Also. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das stimmt so alles. Ich dachte nämlich jetzt gerade, wir wären da noch eine Ebene zu hoch, aber sind wir nicht. Das Grünzeug wird dann nachher ja eh abgedeckt, wenn wir dann noch eine Deckschicht drauflegen. Das Grünzeug wird dann nachher. Das Grünzeug wird dann nachher. Das Grünzeug wird dann nachher.